Zu spät, zu spät, jetzt geht's los! Ladies and Gentlemen, welcome to the Power Tower. Sit down and get up in the air with us. Ladies and Gentlemen, welcome to the Power Tower. Sit down and get up in the air with us. So, meine Lieben, während der gesamten Fahrzeit, lasst Sie bitte unbedingt beide Augen geöffnet. Da sind so kleine Audiosensoren im Bügel versenkt. Sollte jemand während der Wand die Augen geschlossen halten, gehen automatisch die Bügel auf. Da können Sie noch so roh, damit die Füße, die gehen dann auf. So. Ja, richtig. Konzentriert euch. Haltung annehmen, es geht los. Da, Kameraden, Kameraden. Und da sind wir nun mit unserem Talent. Alles schön klump, alles schön dackeln. Welcome to the Air Base of Power Tower. Servus! Grüezi! Und hallo! 67 Meter hoch über Greffeld, wenn das eure Mutti wüsste. Da hat es euch unter Schmerzen geboren, euch hochgepäppelt. Und was macht ihr undankbaren Blagen? Da dürft ihr einmal alleine auf die Kirche müssen und dann macht ihr wieder so einen Blödsinn. Däh, däh, däh. Dann würde ich sagen, mit der linken Hand bitte den Sicherheitsbügel festhalten. Und mit der rechten Hand bitte den Organspendeausweis bereit halten. Beredner! Hermann, vielen Dank! Das arrestiert ihr euch! Bedeut ciao... Vom Schiff! Civ drill! Wes grad twois! Halt hijyt! Hallo! Na war schön da oben? Habt ihr mir was mitgebracht? Habt ihr wieder oben liegen lassen? Jetzt wackel nicht so am Bügel, du machst mich nervös, so kann ich nicht arbeiten. Angele! Hopf! Fahler zwischen Krimpel in der Magengegend. Der Hüppsel, transportable Freifalturm der Welt. Power Tower live on stage. Wir wecken den Tiger in dir. Oh yeah! Achso, achso, achso! Angele! Reba, Reba, Reba. Nein, 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 ihr braucht mich jetzt nicht so komisch angucken, wie so ein paar erkältete Fischstäbchen. Ich mach da nicht mit. Nein, da kommt doch keiner raus. Ne, 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 ne. Ihr bleibt so lange, bis das hier fertig ist. Verdammt nochmal. Wir sind doch hier kein Mädcheninternat. Ich liebe dieses Leben. Ich liebe den Moment, in dem man weltweit ist. Letzter Schuss. Wende nach unten. Und an den Schuss. Wir chillen ins Hineale. Fütti. Punktgenau gelandet mit ohne Delle eingeparkt. Dank Faktionik. Ich sage Dankeschön. Es ist vorbei, Schatz. Links und rechts, nach hinten, nach vorne, jeweils an den Seiten. Da geht das wieder raus. Dankeschön.